Mittelmäßigkeit, nichts als Mittelmäßigkeit. Im Naturobjektiv möchte ich euch heute zeigen, dass in der Natur nichts ein intelligentes Design darstellt, sondern sogar sehr sehr viele Merkmale nur historisch erklärbar sind und eigentlich evolutiven Schrott darstellen. Heute geht es um die Mittelmäßigkeit in der Natur. Wir sind eigentlich geneigt, immer die Natur mit einem tollen, gut aufeinander abgestimmten Entwicklungsprozess zu vergleichen. Wir haben immer den Eindruck, in der Natur wäre alles so super eingerichtet. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Natur, die Evolution, ein unglaublich verzahntes Gebilde von gegenseitigen Anpassungen hervorgebracht hat. Das ist dieser selbstkanalisierende Prozess. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um alles handelt, aber sicher nicht um ein intelligentes Design. Die Anhänger des Intelligent Designs, des intelligenten Designs, sind die Anhänger einer Schöpfungsgeschichte und denken, dass die Lebewesen aufgrund eines Schöpfungsprozesses entstanden wäre und interpretieren diese eng verzahnten und ineinander verschachtelten Anpassungsprozesse als intelligent. Intelligent ist allerdings auch in unserem Sinne doch anders definiert. Man würde dann von einer gewissen Idealanpassung, von einer Optimierung oder von einer bestmöglichen Form sprechen und dem ist nicht so. Und genau das möchte ich euch im heutigen Clip zeigen. Es gibt hunderte, jahrtausende Merkmale bei allen Tieren, die zeigen, dass sie eigentlich nicht ideal aneinander angepasst sind, sondern dass all jene bis zur Fortpflanzung kommen, die gerade gut genug angepasst sind, um diesen Prozess, also diesen Weg bis zum Sexualpartner zu schaffen und dann es auch noch schaffen, eben ihre Eier abzulegen oder ihre Jungen zu bekommen. Das heißt, die nächste Generation wieder den gegenseitigen Umbilden der Selektion auszusetzen. Ein paar Beispiele. Wenn wir unsere Anatomie anschauen, wenn wir einmal nur bei uns Menschen bleiben, dann sehen wir, dass bei uns die Speiseröhre und die Luftröhre da im Kehlkopf einander überkreuzen. Das ist nur historisch erklärbar. Eine einigermaßen vernünftige Konstruktionsweise ist es nicht und das wird jeder sich schon einmal beim Essen eines Kuchens an den Krümeln verschluckt haben und daran kann man erkennen, was das eigentlich für ein unsinniger technischer Vorgang ist. Ein Techniker, der so eine Konstruktion erfindet, würde wahrscheinlich von seiner Firma sofort gefeuert werden, weil es absolut unsinnig ist, dass man jedes Mal dann, wenn man Nahrung hinunterschluckt, mit einem eigenen Deckel die Luftzufuhr unterbinden muss, die Luft anhalten muss, den Nahrungsbrei an dieser sehr sensiblen Luftröhre vorbei hinunterschlucken muss in den Verdauungskanal und erst dann wieder öffnet und Luft holen kann. Das ist nämlich der genaue Vorgang. Vielleicht werden wir uns sogar mal allein über diesen extrem komplizierten Vorgang, den Schluckvorgang, der ja als Reflex über eine ganze Reihe von sehr komplizierten Inhervierungen der Muskeln her stattfindet, genauer unterhalten. Tatsache ist jedenfalls, dass es ein echter Stolperstein ist und dass er immer wieder auch zu Problemen führt. Allerdings nicht in solchem statistischen Ausmaß, dass es in der Evolutionsgeschichte wegselektiert worden wäre. Daher konnte allein von der geschichtlichen Entwicklung durchaus diese Überkreuzung stattfinden, ohne ein größeres Problem. Das zweite ist die Gestaltung des Schmerzes. Ich habe ein eigenes Video gemacht mit dem Titel Muss Schmerz wirklich sein? Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr dort hineinhören und da werdet ihr viele Beispiele sehen, dass auch der Schmerz ein Minimalkonzept ist und überhaupt nicht so klug durchdacht, wie das auch immer wieder meist von Medizinern gemeint wird. Der Schmerz ist wie gesagt ein Minimalkonzept, wenn man nur daran denkt, dass die Zahnschmerzen weit überbewertet sind, allerdings Krebs über lange Zeit vollkommen schmerzfrei verläuft, obwohl es wesentlich wichtiger wäre, hier eine Warnfunktion zu haben. Ein weiteres Beispiel ist der Wurmfortsatz der Appendix am Blinddarm. Der Blinddarm ist ja bei allen nicht wiederkäuenden größeren Säugetieren, die Pflanzen fressen, sehr groß ausgebildet. Und bei denen, die nicht hauptsächlich Pflanzen fressen sind, eher als kleiner Sack am Beginn des großen Darms angehängt, also gleich nach dem dünnen Darm und hat dann noch ein kleines Anhängsel, den Appendix. Und der entzündet sich sehr gerne, obwohl der Blinddarm eine wichtige Funktion in der Immunabwehr bei uns hat und sogar dem Appendix, diesem Wurmfortsatz, eine solche Bedeutung in der frühesten Jugend zugeschrieben wird, ist es so, dass wir den Blinddarm-Wurmfortsatz ohne Probleme entfernen können, ohne dass irgendetwas passiert. Und tatsächlich ist dieser Appendix ein absoluter Stolperstein und war in der Geschichte der Menschheit unzählige Male durch Entzündung einfach letal und hat sehr vielen Menschen das Leben gekostet, ist also sozusagen von seiner Konstruktionsweise auch alles andere als gut durchdacht. Nehmen wir unser Rückgrat. Wir haben eine aufrechte Lebensweise entwickelt. Wir gehen also aufrecht und haben ein Rückgrat entwickelt, das zwar durch die Krümmungen oben und weiter unten bei der Lendenwirbel eine gewisse Stabilität erreicht hat, aber ein extremes Abnutzungskonzept der dazwischenliegenden Bandscheiben darstellt. Auch das ist also ein absolutes Minimalkonzept und gut über die Evolutionsgeschichte erklärbar. Denn dann, wenn die Abnutzungen wirklich virulent werden und uns große Probleme machen, haben wir meistens unsere Fortpflanzung schon beendet, weil die findet ja doch in relativ jungen Jahren, wo man mit dem Bewegungsapparat noch keine Probleme hat, statt. Auch wieder historisch erklärbar. Dann haben wir zum Beispiel eine Neigung zu verschiedenen Infektionskrankheiten. Infektionskrankheiten, da haben wir es nie geschafft, wirklich sofort entsprechende Abblockmechanismen zu entwickeln, sodass wir eigentlich erst sehr spät in der Geschichte der Menschheit uns die meisten schweren Infektionskrankheiten durch die Medizin, also durch das Entwickeln der Antibiotika vom Hals schaffen konnten oder auch durch das Entwickeln von Impfungen. Also eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben diesen ganzen evolutiven Schrott, wie ich das nenne, durch unsere Naturwissenschaften und durch die Medizingeschichte dann langsam begonnen auszumerzen. Wir machen also nichts anderes als eine Verbesserungs- und Säuberungsaktion für evolutive Fehlmechanismen. Ein weiteres Beispiel ist der viel zu schmale Geburtskanal. Geburten sind für den Menschen generell extrem anstrengend, für Frauen sehr, sehr belastend und in vielen Fällen, wenn nicht die Medizin eingreifen kann, sogar wirklich lebensgefährlich bis letal. Das war in der Vergangenheit immer ein ganz großes Problem und darf ebenfalls nicht unterschätzt werden. Das Interessante ist, dass die Säugetiere, nämlich die primitiveren Säugetiere, früher sogar einen anderen Mechanismus gefunden haben, als den, den wir höheren Säugetiere verwenden. Wir sind ja Plazentatiere. Wir tragen ja im weiblichen Geschlecht unsere Babys bis zu einem relativ hohen Entwicklungszustand aus und gebären erst sehr spät. Das heißt, das Junge, das Kind, ist in einem schon sehr entwickelten Zustand bei uns Menschen hochproblematisch, weil wir einen sehr, sehr großen Kopf bei unseren Babys haben durch unser großes Gehirn und dann der Geburtskanal zu einem echten Problem wird. Die frühen Säugetiere, da gab es die Marsupialier, das sind die Beuteltiere und die haben ein ganz anderes System entwickelt, das im Prinzip sehr bestechend und günstig wäre. Sie bringen noch ganz, ganz kleine, wenig entwickelte Junge zur Welt, die dann außen in einem Beutel sich an einer Zitze fest saugen und dort dann erst fertig entwickelt werden. Aber die Geburt verläuft einfacher. Nur im Verlauf des Evolutionsprozesses haben sich die anderen, nämlich die Plazenta-Tiere, von denen wir zufällig abstammen, besser durchgesetzt, besser entwickelt und haben daher diesen evolutiven Schrott, also über eine Plazenta ein viel zu großes Baby zur Welt zu bringen, weiter transportiert, weil es einfach halt gerade funktioniert hat. Und dann kommt noch bei uns Menschen unser Gehirn dazu. Unser Gehirn hat ein Bewusstsein hervorgebracht. Das ist überhaupt eine ganz eine großartige und hochinteressante biologische Sache. Das Bewusstsein als ein Mechanismus der Selbstsimulation. Wir haben eine ganz plastische Vorstellung von unserer Welt mit Selbstreflexion. Und das hat uns dann aber eigentlich zwei Pferdefüße eingebracht. Das eine unser krampfhaftes Bedürfnis nach Transzendenz nicht allein sein zu wollen und verstehen zu wollen, weil wir ja unser Ende nahen fühlen. Und das hat dann zu vielen verschiedenen Mechanismen des Aberglaubens und Götterglaubens und anderen Dingen geführt. Und eigentlich erstaunlich spät erst in der Evolutionsgeschichte des Menschen ist dann das klare naturwissenschaftliche Denken, das faktenbasierte Denken, aufgekommen und entstanden, das uns, wie ich ja gerade gesagt habe, jetzt hilft, vielen evolutiven Schrott zu beseitigen oder zu besänftigen, zum Beispiel durch Schmerzmittel und Ähnliches. Außerdem haben wir, weil wir ja bewusst uns selbst reflektieren können, was Sigmund Freud schon erkannt hat, eine unglaubliche libidinöse Triebspannung entwickelt. Wir können mit Trieben, mit Triebbefriedigung und mit daraus folgenden Frustrationen teilweise sehr schlecht umgehen. Und wir haben ja zum Beispiel bis heute einige biologische Grundmechanismen, wie unsere Abwechslungsmotivation, unsere generalisierte Sexualität, über die ich auch gesondert einmal reden werde, nicht wirklich in unser Gesellschaftsleben integrieren können und schaffen so eine ständige soziologische Grundspannung, die ebenfalls als nicht besonders gut durchdacht von der Evolution, in Anführungszeichen, betrachtet werden kann. Ja, in diesem Clip habe ich versucht, euch zu zeigen, dass die Natur und die Evolution nicht immer nur gute und kluge Sachen hervorbringt, dass das nur so aussieht, weil die Anpassungsmechanismen so kompliziert sind und wenn man retrospektiv zurückschaut, dann sieht man natürlich ein ineinander geschachteltes, passendes Muster. Aber von intelligent oder von klug durchdacht oder von sinnvoll kann a priori keine Rede sein. Abschließend wieder die Bitte, wenn es euch gefallen hat, dann Thumbs up, abonnieren, darum würde ich euch bitten und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Liebe und alles Gute.